Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. No moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir uns selber vernichtet und damit die Welt gerettet. Nein, wir haben uns nur einmal kurz K.U. geschlagen, geheilt sogar und sind jetzt wieder in unserer Zeit. Wir stehen kurz vor Ende des Spiels, Kapitel 25, in den Tempel von Kratlon. Will will uns immer noch nicht mitteilen, wer da auf uns wartet. Sie weiß es, wir nicht. Ich habe ja schon ein paar Vermutungen aufgestellt, letztes Mal. Aber bevor diese Vermutungen aufgeklärt werden oder eventuell bestätigt, über mir ist ein Zeitstempel, mit dem wir die Unterstützung von 20 Gesprächen des heutigen Tages überspringen können. Und wir sehen uns dann gleich im Kapitel wieder. Ja. Ja. Do you remember when you gave me the Dragonstone? I wish I could say I did. But everything from before I woke up is hazy. Well, you and I met just one time. A thousand years ago. We only met once? Mm-hmm. All of our siblings had died in the war. You were the only one to survive. Und du kamst mich zu sehen. Ich war sehr jung, dann. Frail und schrecklich. Und du hast mir die Dragonstone gegeben. Du hast mir gesagt, dass du nicht bei meiner Seite bleiben kannst. Aber dass du immer mit mir bist, egal was. Also habe ich das gesagt zu dir. All das Zeit lang. Du hast. Die Dragonstone ist verletzt. Aber es war mein Protektiv Talisman für eine sehr lange Zeit. Ich hatte es nahe, wenn Mama stirbt. Und wenn Papa zurückgebracht hat und mir gesagt hat, ich wusste, dass so lange ich die Dragonstone hatte, ich kann sich stark sein. Und behalten, bis ich dich gesehen habe. Oh, Vail, ich... Selbst wenn du nicht erinnerst, was du getan hast, ich bin noch so glücklich. Wenn du mir die Dragonstone nicht gegeben hast, wir uns nie wieder wiedersehen würden. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich glaube, dass du auch glücklich in deinem Kopf geschenkt bist. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Und jetzt, wenn wir uns wiederglücklich sind. Wir werden uns zusammen immer wiedersehen. Wir sind, richtig? Das ist genau. Nothing kann uns von uns noch mehr abgleichen. Ich ging zum Markt und versuchte zu sein, dass ich ein Katzen bin. Das ist, ich ein wenigstens喊. Really? Aber ich habe gesagt, dass ich mich nicht verraten habe. Ich dachte, ich würde es versuchen. You know, einfach für Spaß. Aber dann, etwas fantastisches passiert. Ich mehau und mehau, und ich so sehr wie ein Katzen bin. Alle Mäste blöden aus dem Markt. Es machte alle auf dem Markt sehr glücklich. So glücklich, sie mir lieben Teatschen zu sagen. Vielen Dank. Es war alles so spannend, dass ich plötzlich nicht mehr so glücklich war. Deine Fortuna war richtig. Really? Es fühlte sich so gut, wenn ich es gesagt habe. Aber wenn es es richtig war, dann bin ich zurück. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr so vieles zu verraten. Was bedeutet das? Du bist sehr verehrt, Frau Bail. Du bist wirklich. Ich verletze meine Hoffnung, und du gehst und diese schöne Geschichte machen, um mich aufzunehmen. Und es hat mich aufzunehmen, also danke dir. Nicht sagen das. Ich sage die Wahrheit. Ich bin wirklich. Ich werde sehr schuldig, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay. Wenn es so sein wird, dann... Ich glaube dich. Satisfiert? Jetzt, seit ich so wie du fragst, und glaubst deine Geschichte, versuche ich mir wieder deine Fortuna. Wenn das was du willst, natürlich. Hm. Alles ist revealed. Unter einer vollen Moon, Ich bin ein Wunsch, um die Blumen zu schlafen. Dann kommt ein Wunsch so stark. Ich bin ein Wunsch, um die Blumen zu schlafen. Die Blumen zu schlafen? Wenn es eine Vollmünsch? Wie strange. Ich verstehe nicht was es bedeutet, aber ich glaube, ich kann versuchen. Bitte find es in deinem Herz bleiben. Ich lasse mich an deinen Seite. Ich bin ein Wunsch, um die Blumen zu schlafen. Es wird nur die Blumen zu schlafen. Meine Augen sind veröffentlicht. Meine Hand ist hier. Wenn du mir glaubstst, dann gehst du es. Und nie schlafen sie weg. Wenn du sicher bist, das ist das, was du willst, ich bin bereit, zu glauben in dir, so lange als wir zusammen sind, von jetzt bis zum Ende. Ah, deine Leistung. Die Nuance und Honestheit. Ich bin richtig. Du bist ein Wunsch, mehr als ich wusste. Uh, ich bin nicht so sicher. Ich habe wirklich keine Erfahrung mit acting. Das ist alles so neu zu mir. Naka. Naka. Aber es ist, weil die Zeiten schwer sind, dass ich es tun muss, dass ich es tun muss, um den Publikum zu erzählen, was das Glück fühlt. Ich will, dass diese Leistung zu erreichen. Für alle. Kannst du mir helfen? Ich verstehe, wie du fühlst. Und ich respektiere das, ehrlich gesagt. Okay. Ich helfe das best I can. Danke. Ich kann es nicht ohne dich, Yunaka. Together, ich glaube, wir können das eine der wirklich großartigen performances machen. Ich schoue das. die Chega zerstört, Wer Hillt. Wünschte, das sind diverstädte. Eine Stücke mit meiner ähnliche Wünschte. Wünschte, по siem Wünschte. Wünschte! Don't play koi with me. I think you know just what I'm talking about. I do not. I have not the slightest idea. But how could you not know? It's your anniversary. That explains nothing. Think hard. I bet it's on the tip of your tongue. Come on, you're getting close. I have no idea what you were talking about. No? Too bad. Guess you won't be getting my special anniversary price on this fruit after all. Suppose it is the anniversary of an important event in my life. How would you know? No need to get hung up on details like that. The odds are in your favor that any given day is special for someone you're trying to sell to. I tipped my hand there, did I? Oh well, let's just call this the anniversary of the time we talked, and I'll sell you the fruit. How does half price sound? Are you really gonna haggle with a poor little girl? You are a bold salesperson of dubious morals. Still, I admit I am impressed. I shall buy the fruit. Yes! Chalk up another sale for me. Thanks for your business. Hello, Diamant. Tell me, is anything troubling you today? Ugh. Normally, I would give you the same not-today reply. But not this time. Something is troubling me. Really? I will solve it. I promise. Just tell me what it is. We went through town before to try and find people who needed help, remember? Of course. We didn't find anyone, though. Not a single person. Yes, well, I spoke with a guard who told me the townsfolk actually have a lot of problems. But, why didn't they tell us? Everyone knows that I'm the crown prince, so they're afraid to approach me or speak with me. Oh, I see. I must find a way to let my people know that I want... No, I need to hear from them. I'm just not sure how to do that. Oh, that's easy. Exactly. Food is the perfect way to win people's hearts. I'll begin preparations immediately. I thought I was going to die. I mean, I'm pretty sure I did die. Twice! I screamed so hard, I lost my voice at one point. So, what'd you think of your first time tearing it up on Wolfback? It was... Exciting. But mostly terrifying. You're such a kidder, Lady Veil. But I'm not kidding. Not even a little bit. It's a miracle I'm still alive. In fact, I can't believe I am alive. Takes your mind off everything, though, right? Couldn't you feel your worries just... Float away? I guess you could say that. Good. You looked a little tense earlier. I thought this might be a good way to unwind. I do sometimes wonder if it's okay for me to be here with all of you. I hear you. But next time you start feeling like that, you let me know, alright? We can tear it up to the horizon and back. Okay. I will. And Tamara... Thank you. Good morning, Prince Diamant. I see that you're an early riser like myself. Not quite, Prince Alfred. Night owl into early bird would be more accurate. You mean you've been up all night? That's right. I sat down to handle a pressing task before bed. Next thing I knew, I was watching the sunrise. What was it you were doing? I was drafting requests for funding to send to Brodia's nobles. Our military needs support. Any loans will be used as political leverage in the future. I'm worried, but out of options. Huh. I mean, I see. I can sympathize with your plight. Every crown prince has the same troubles, it seems, no matter what realm they rule. Hmm. I don't doubt it. Well then, I must carry on with my morning patrol. Would you mind if I joined you? It would be foolish of me to try to sleep now. A walk-and-talk with the prince of a neighboring kingdom sounds much more enjoyable. That's kind of you. It's sad that we only get the opportunity during hard times, isn't it? But a long walk might be just the thing we need to get to know each other. Let me start with a question for you. What's your favorite muscle? What? That's your opener? Oh, whoops. I was trying so hard to keep up the act, but I guess I blew it with that question. No, you're fine. I think I'll take a page from you, actually. I could stand to be a little less formal. No fooling? Oh, that'd be swell, Prince Diamant. You're always so confident, Etienne. Doesn't anything worry you at all? Does worrying solve anything? No. Plus, I have exercise to clear my mind when I start to doubt. Do you know what I noticed, Roy? Both our names are vowels, bookended by consonants. Huh. So they are. Well, that aside, shall we get back to saving the world? I shall atone for using your power to commit evil deeds. I ask only that you save Lady Vale. I suspect she would wish for someone other than herself to be saved. Are you truly a prince? Really? I'm sorry. It's just I still find it hard to believe. Sheesh. When you ask like that, I start to doubt it myself. I mean, I am the Prince of Solm, right? Hey, Lucina. If you have time, do you want to come to the market with me? That sounds delightful. I'm so very interested in seeing the settlements of this world. So, the last Fel Dragon Shard is here, in Gradlawn Temple? Yes. What's wrong, Vale? You don't look well. Did you need more time to rest? No. It's not that. But I... I have a request. Please let me go in alone. I'll destroy the Shard and come right back. What? I can't let you do that. It's too dangerous. Trust me. You won't want to face what's ahead. It's best that you and our friends stay here. Sister, let me spare you from this. From what? I don't understand. Oh, is that you? It is you, isn't it? Mother? Oh, my dear child. How I've longed to see you again. When I sensed you, I flew here as fast as my wings would carry me. It can't be. How... I've missed you so much. Don't come any closer, Divine Dragon. Or rather, corrupted Lumera. Just when I finally had a moment with my child. I didn't expect this. I thought she would stay inside with the Shard. Vale? Did you do this? No. It was Papa. The Rings gave him the power to create more elaborate corrupted. He took her body from Lethos as one last line of defense for the Shards. You knew, didn't you? You knew this had happened to Mother. I did. They also knew that we couldn't help her. The emblems have used their miracle. They could revive one person and they chose you. There's no other way to save someone who has been corrupted. You're saying that there's no choice. We have to face her. You don't have to do anything, sister. Leave this to me. But, it's chilly out here. Why not come inside? You want to break the Shard, don't you? Oh, don't worry. I won't bite. I just want to have a nice, long chat. Mother. I can scarcely believe it. Queen Lumera, in the flesh. What should we do? We have to defeat her. There's no other way. But, I don't know how I'll summon the strength. I feel conflicted myself. She was my deity. Now I have to fight her? Yeah. Sol's people aren't super religious, but we love Queen Lumera too. We can't falter. If we do, that's it. The world is doomed. Let's go. Let's go. Curious. She invited us in. Wait. Where is Lady Vale? She didn't go inside, did she? What? No. She can't go in there all alone. Vale! Open the door! Forgive me for this. Goodness. Did you come to see me all by your lonesome? Your own child shouldn't have to strike you down. How heroic of you. I'm glad we have this chance to talk, Vale. From what I've heard, you are the little sister of my dear child. If that is the case, I am practically your mother as well. Well, you are welcome to call me your mother, should it please you. Thank you for the kind offer. But I don't need a second mother in my life. I had one. Oh, departed, is she? Tell me, what was she like? She was kind and affectionate. And there was so much love within her. But she died before I could truly appreciate what I had. She always did the best she could to keep me safe. And she told me that if Papa ever broke free... If he did. And if he started doing terrible things. As his family, I had to find a way to stop him. I suppose that means you intend to murder me yet again. Yes. How I tremble at the memory of that fatal blow, the pain. Even worse than the pain, though. How you left my heart shattered. I was torn from the side of my beloved child. Can you imagine the depths of my agony? And had it not been for you, my dearest and I would have been together for all time. I know it's my fault. The fact that you died. All of this. Even though... I was a puppet. I killed you. I stole the rings. My actions led to this. You can hate me all you want. But either way... It ends here! Oh, Vail. Was that meant to hurt? As I'm sure you have noticed, thanks to Lord Sombron's largesse, I am far more powerful now than I was before. It's a shame, really. I honestly hope that you and I could get along. But anyone standing between me and my child cannot be suffered to live. It's ludicrous to think you might murder me for a second time. How are you so blind? I still owe you a death for the first one. Die, you little defect! Vail! Sister? Oh, thank goodness you're all right. The door should have been blocked. How? While we... Broke through. Oh, my child. Did you miss your mother so badly? I did. Not a day has passed that I didn't think of you. That's why I'm angry to see you like... This... Hasn't Sombron ruined enough? Why do you speak ill of Lord Sombron? It was he who brought us together again. Lord Sombron. You are lost, aren't you? Oh, I was. During the war a thousand years ago, I was desolate. Lonely. I had no one. My mother, father, friends. Killed. Yet I had to fight on. Alone. If I, the divine dragon, gave up or ran away, the world would be lost. In the midst of all that hurt, I found you innocent and pure, no evil intentions of your own, and never treated with love. Though you were my enemy, I couldn't bring myself to kill you. Instead, I bonded with you. The day we first met, I stopped being alone. Mother, I beg you, don't leave me on my own. Again. Stay here with me. No. I can't do that. The last time we spoke, you told me to fight on with divinity. She told me to bring peace to the world, no matter what memories returned. Don't you remember, mother? Who cares what I said before? Now I want to be together. As family. I understand now. You don't think like my mother. You don't want what she wanted. You're speaking nonsense. I'm right here. I am your mother. No. My mother, the one I wanted to see again, the one I loved, she's gone. And she would want me to defeat you. She taught me to stand strong against my every opponent, whoever they might be. How sad your words make me. You're breaking my heart right now. Who poisoned you against me? The emblems? The stewards? That sister of yours? I suppose I have no choice but to kill them all. Prepare for battle. I'm sorry. I meant to fight this battle for you. Thank you, Vale. But this isn't your burden to carry. It's mine. If I don't face this myself, I can't claim to be the divine dragon, an emblem, or mother's child. Let's do this. Together. Then we can face Sombra on the past. Sister, you're crying. Everyone at the ready. We will free mother's soul and break the final shard. Also lage ich mit Vermutung 3 richtig. Lumera ist der finale Gegner hier in diesem Teil. Beziehungsweise der Gegner, den wir mir nicht aufklären wollte. Sie hat auch schon wieder hier so eine mächtige Waffe. Eine mächtige Klinge, die nur von den Würmgöttchen genutzt werden kann. Ermöglichen nahe und fernen Angriffe. Wilde Glanz. Das sind wieder ein paar verschissene Drachen. Okay, wir sind aufgeteilt. Ich finde auf jeden Fall, dass die Wächter hier mitkämpfen sollten. Naja, nichtsdestotrotz. Einmal kurz drücken Anpassung und dann sind wir wieder da. Ja, Leute, ich bin jetzt mit dem Anpassen fertig. Die Hüter, die habe ich mir beide natürlich jetzt im Team. Klane und Wander. Ich hoffe nur, dass die hier klarkommen, weil ich die lange nicht genutzt habe. Dementsprechend habe ich auch die Embleme ein bisschen anders verteilt. Und ich würde sagen, let's go. Tut schon ein bisschen im Herzen, Lumera töten zu müssen. Das Ding ist, außer dem Aster-Sturm werde ich die erste Runde aber wahrscheinlich auch gar nichts machen können. Ich mache mal Demetoron fertig. Jetzt habe ich dich. Und das gefällt mir. Und das gefällt mir. Mit dem Seedal kann ich hier noch was machen. Ich hau den mit dem Tom Ork weg. Wenn ich angreife, ist es so oder so ein Crit. Ich bin einfach die OPs der Einheit. Na ja, neben Lou ist der, der überhaupt keinen Schaden füllt, selbst wenn ein Meteor ihn trifft. Die unendlichen Crits. Der könnte gefährlich werden. Also ja, bei beiden Kammeraden-Seiten hier natürlich ein Heiler stehende. Die Drachen, die machen mir auch Sorgen. Toron. So, weg mit dir. So, weg mit dir. So, der unaufhaltsame Louis. Der haut dir jetzt auf die Nase. Oh, joke. Den kann halt wirklich keiner aufhalten. Nur die Magier sind ihm gefährlich. Ich liebe es einfach, wie oft ich Gritte. So, macht, äh, Wende überhaupt mittlerweile noch Schaden? Er, er frisst den Schaden. Ah, dass ich lieber Labus mit reichenden Brüder vortritt. Let's go, zusammen! Mein Weg ist sicher. Ja! Fiest! So, um die brauche ich mir dann keine Sorgen mehr machen. So, die Heiler ruhig eins auf den Ditz. So, mit Nimmerfeel kann ich ja hier den verzerrt mit dem Bogen loswerden. So, Feuerlänze plus Verzerrte gleich Verzerrte hat Schaden. Jetzt krieg ich doch nach einer guten Rechnung. Den mit der Stahlansigno hier, ich meine, und geh auf den mit dem Speer. Der mit der Stahlansigno kann eh nix. Ich weiß nicht mal, warum der hier in einem der letzten Kapitel mit einer Stahlansigno statt einer Silberlanze rumrennt. So, wenn das hießt du. Wenn ja, wär schön. Hier! Komm schon! Ach, du brauchst gar nicht treffen, die Korbschläge mach'n schon. Aber der hat schon eine niedrige Prozentszahl, deswegen der Satz. Fiesling? Ja, den Doppelgänger kannst du ruhig angreifen. Sag ja, der mit der Stahlansigno braucht mich nicht interessieren. Ein Glück greift der, äh, Timera an. Ich hatte Angst, dass die eventuell mit der Magie auf Jade oder eventuell sogar auf Render gehen. Weil die hätten es schwer gehabt. Soll ich was sagen? Ich überreite euch einfach direkt. Hier sollte Wendor jetzt eigentlich überhaupt keine Probleme haben. Das Problem ist, er hat überhaupt keine Trefferchance. Ich hätte, wenn der echt mal nebenbei trainieren sollen. Na gut, der trifft nicht, weil der ausreichend hoch hat durch die Säulen. Aber den mit der Schale an, so konnte ich so vernichten. So. Wenn ich treffe, ist der weg. Ansonsten bin ich weg. Entschuldigung? Hat der, äh, funktioniert. So, die machen wir einfach weg. Tschüss. Der hat nur zweite Stufe? Okay, den können wir ignorieren. Sind die hier mit so schlechten Waffen ausgestattet? Die, äh, mir tun schon die Gegner leid. Sayonara. Und Overkill. Dann, let's go. Dich mache ich mit Manikati weg. Ich bin so lucky, was die Kritze angeht. Ich rechne sogar schon damit. Oh, okay. Hey, let's go. Ich werde dich nicht vergessen. So, Oligoludia, weg mit dir. Ich bin hier. Ich bin mehr als nur der Helldragöse. Ich bin durch die Emblemen. Was macht sie da hinten? Ich kann nicht mehr die Emblemen haben, aber ich kann die Shards-Power anstatt benutzen. Ich zeige dir das? Was macht sie da? Was machst du da? Jeder, geh hinter den Pillern! Okay. Fies. Ach, komm. Das finde ich jetzt nicht so geil. Also, wenn der überlebt ist, aber ich finde das nicht so nice. Wie kannst du mit 11% treffen? Ich treffe mit 80% manchmal nicht. Ich fühle mich veralbert. Anna, mach die mal weg. So, auf den nächsten. Was wollen die hier mit zweiter Stufe? So, ich mache jetzt erstmal was Wichtiges. Du, Vierfachstreffer, verschwinde aus meinem Leben. Das Miese ist der Drache. Zwei Leben. Deswegen kriegt er direkt was Weites, Heftiges ab. Verschwinde, du Mistfee! Ich hasse die Drachen! Oh. Ich nutze mal der Sparky Sashi. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Den hätte sogar Wender eigentlich schaffen können. So, ich muss das Ding hier erstmal aufbrechen. Okay, so viel Schaden macht das gar nicht. Nur 17 Damage an den Doppelgängern ist nicht viel. Vor allen Dingen hatte ich sogar noch einen Doppelgänger übrig. So, mal haben die Doppelgänger überhaupt was abbekommen? Das wirkte nicht so. So, ihr wisst, was dieser Drache abbekommt. Die Drachen sind nämlich die ekelhaftesten Gegner. Da mache ich gerne einen Overkill. Im Übrigen, Vale habe ich auch schon resetet. Ihr habt es sich aber komischerweise nicht auf Level 1, sondern Level 21 zurückgesetet. Fand ich mega merkwürdig. So, verschwinde, du Mistding. So, aus der Tür aufbrechen war leider nicht viel drin. Den verpügel ich als erstes. Ja, hier hätte ich den Panzerbrecher eher gebraucht. Ich hätte so oder so, als du das angeguckt hast. Also, Silbergroßlanze. Ja, komm her. So, tschüss. Dann mache ich hier mal den Weg frei. Meistags in dein Gesicht. Kleine kann auch mal aufräumen. Bitte, Wandertriff. So, jetzt ist er nur noch einer. Ich mache das übrigens dann so. Alle, die Emblem genutzt haben, lasse ich dann hier erstmal aufladen. Hier liegt ja genügend in der Hinsicht rum. Meine heroischen Freunde. Okay, da kommen neue Einheiten aus den Bänden. Mittlerweile stehen wir ja wieder beisammen. So, Feuerlandse. Die U-Kon-Vasara-Achse hat die höchste Treffer-Wahrscheinlichkeit. Ich würde sie auch gerne mal endlich im Einsatz sehen. Naja, ich würde gerne. Wir wären es nicht. Mit dem haben wir mal kurz einen Prozess. Das wollen wir uns nicht angucken. Keiner kann Luis aufhalten. So, dich vernichten wir genüsslich mit Toren. So, großes Opfer. Oh, fast zwei Level. Ich schieße diesmal. Okay. Ich gehe von der Mitte weg. Die da unten, die jucken mich nicht. So, tschüss. Ich denke mir, mit Jade kann ich sogar hier stehen. Tschüss. Du wärst so oder so tot gewesen. So, ich konnte die Runde nicht viel machen. Jade macht das nicht mal Damage. So, tschüss. So, tschüss. Immer mit dir als nächstes fertig. Die stürmen schon, weil sie die Kisten klauen können. So, nachher. Ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum die nicht zu mir kommen. Weil ich vernichte die jetzt mit dem Panzerbrecher hier. Könne ich viel dagegen machen. Die würden Schaden machen, würden sie treffen. Aus. Ja, sie begehen selbst Mord. Die sind easy. Ich habe nirgendwo Meteor herbekommen, ne? Den Zauber hätte ich eigentlich auch gern. So, da kann ich ja schon mal hinschießen. Weg. Sollte treffen. So, in Magie macht ihr keiner was vor. So, und tschüss. Ja, dann. Die wollen mich immer noch einfrieren. Das juckt nicht. Das juckt genauso wenig. Man kann mich halt einfach nicht treffen. Und selbst wenn, macht man kaum Damage. Für die interessiere ich mich halt null, ne? Was mich auf jeden Fall interessiert ist, was in diesen Kisten drin ist. Ein Draco-Schild. Okay. Was ist hier drin? Zinqueda. Okay, ein legendäres Wurfmesser. So. Sein, einen Drachen zu verdichten. Der trifft eh nicht. Der andere Drache macht mir eher Sorgen. Wieso? Mit dem Astro-Sturm kann ich einen der Drachen ordentlich schädigen. Ich könnte Lomera auch ein Leben wegnehmen. Aber am wichtigsten wäre, dass die Drachen da umgehen. Der Drachen macht mir immer noch Sorgen. Auf obskur-e-i-te Weise. Tschüss. Ein Leben weg. Na dann, dann vernichten wir den Drachen jetzt endgültig. Einer schon mal weg. So, let's go. Nope. Auf den Doppelgänger. Sayonara, du Mistding. So, dann kümmere ich mich mal zuerst um die Magier. Dich vernichte ich als nächstes. Ich glaube nicht, dass Lomera sich bewegen würde, also kann ich mich ruhig hier hinstellen. Also mit den ganzen Truppen. So, sie soll mich angreifen. Ich mach so lange den Meteor Heini weg. Sie hat keinen Schutz mehr. Ich kann jetzt auch direkt testen, wie gerichte ich damit, dass die Hüter mit ihr eine Interaktion haben. Ja, haben sie tatsächlich. Ich... Schrauben Sie Ihren Fokus, Clan. Lass Sie sich nicht missen. Die Worte... Sie klingen familiar. Oh, wir schauen uns, ob sie Ihr Leben schützen. Ich erst. Bleib mit! So, dann machen wir direkt mal das nächste Gespräch hier. Was? Hier für mich, wiederholen. Warum eine andere Versuchung? Du musst wissen, dass die Ergebnisse sind gleich. Ich muss trotzdem versuchen. Kein viel Mal, dass ich mich verloren habe, werde ich nicht verabschieden. Meine Frau hat mir gelernt, dass ich den Zukunft besser kann. Ah, mein Kind hat dir das gelernt. Ich liebe dich. Die Erinnerung. Die Zeit zusammen. Jeder, wie es scheint, hat ein Zukunft. Und Hoffnung und Träume, auch. Warum sollte du diese Schäden bekommen, während ich sie verabschiede? Das ist nicht fair. Geh weg. Once und für alle. Geh weg mit dir! Komm und hol es! Na gut, wäre wahrscheinlich jeder, wenn er seinem Mörder nochmal gegenüberstehen kann. Ich lass los, gerade mal extra hier unten, damit er sich um die ganzen Typen hier kümmert. Der kriegt eh keinen Schaden durch den Laser. Ja, ihr macht ihm eh keinen Damage. Man braucht Magie, um ihm Schaden zu machen. Ansonsten unverwundbar. Ja. Ich weiß nicht, ich bin Sascha. Ich bin Sascha. Die Gäste sind alle, die auscytieren. Das ist wirklich gut. Wir sind einfach. Das ist es alles gut. Beine. Wir sind einfach. Das ist nicht ganz jung, woanders. Was nicht jung, warum. Das ist nur ein ganz junger Hammer. Das ist alles gut. Wir sind ja gut. Wir sind einfach. Und wir sind nicht mehr und wie in der Nähe theat, So, ich vernichte einfach mal einen von denen. Wäre es ja egal. So, ich gehe hier nur mit Emblemen ran. Okay, die Königsleute haben nichts zu sagen, wie es scheint. Ich weiß, dass Wenda bei dem Versuch sterben wird. Aber ich werde ihn in den Angriff trotzdem machen lassen und damit den Cycles halt zurückgehen, weil ich zumindest die Interaktion haben will. Er wird definitiv dabei sterben. Ich wünsche, dass wir zu diesem Tag zurückgehen können, bevor all das alles. Wenn wir da zurückgehen können, in diesem Stadion, würde ich... Nein. Selbst wenn ich diesen seltsamen Moment nehmen kann, steht mein Geheimnis. Ich muss dich hier heute stoppen, heute. Bevor du dich, Queen Lumera. Wie gesagt, ich drehe die Zeit zurück. Wie gesagt, ich drehe hier absichtlich auf jeden Fall mal zurück. So, Framme, jetzt bist du mal dran. Hau drauf! Oh, sie hat daneben gehauen. Ich aber leider auch einmal. Okay, wenn alles gut läuft, geht sie auf jeden Fall einmal drauf. So, Zeit, das hier zu beenden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte dich mit dir spenden. Ich wollte dich mit dir sprechen. Stunden, gehen zusammen mit dir. Ich schaue die Nachrichten. Ich schaue die Zitze. Und dann... 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 Stop, bitte. Es ist alles gut. Es gibt viele Dinge, die ich wünsche, dass wir auch gemacht haben. Wir konnten nicht, aber das ist okay. Es ist besser, als sehen Sie so zu fangen. Wenn Sie so zu fangen sind, kannst du immer zurückkehren, Mutter. Bitte. Für mich? Nein! Lord Samran hat mir mehr Zeit mit meiner Kindheit gegeben. Ich versuche es nicht zu fangen. Ich werde niemanden das wegnehmen. Nicht sogar dich. Ich habe so lange gewartet. 1,000 Jahre lang gewartet. 2,000 Jahre lang gewartet. 3,000 Jahre lang gewartet. Wenn ich mich ausdeckte, kann ich nicht zu fangen. Was habe ich... 3,000 Jahre lang gewartet. Es geht zu schnell. Ich bin nicht zu schnell. Ich kann nicht mehr zusammenhalten. Wille, Glanz. Neh ich mal statt Liberation. 4,000 Jahre lang gewartet. 4,000 Jahre lang gewartet. Wir haben es geschafft. Dieses Schlag ging Ewigkeiten. Die Worte, die ich zu dir gemacht habe? Ja, jede Wort, die du mir gesagt hast, bevor ich schlafen habe. Siehst du das? Ich bin eines der Emblems jetzt. Mein Kind, eine Embleme. Ich kann gar nicht glauben, meine eigenen Augen. Oh, wie schwer du hast, um zu erreichen, um so etwas zu erreichen. Es war schwer, aber ich bin froh, dass ich dir zeigen, was ich geworden bin. Ich wollte einfach dich stolz machen. Es sieht aus, dass die Lümeren, die Lümeren, um zu verabschieden. Die Korruption ist verabschiedet. Jetzt muss sie gehen. Nichts kann sich tun, um zu stoppen. Ich bin so sorry, Mutter. Es scheint, dass wir noch einmal zu verabschieden haben. wieder. Du bist falsch. Von dem ersten Moment, in dem wir uns verbunden sind, habe ich immer auf deinem Seite gewesen. Die Jahre nachdem ich meine Familie verloren war ein Schmerz. Der Schmerz von dem, was zu haben, war unverteidlich. Aber dann habe ich dich kennenzulernen. Und selbst wenn ich dich in deinem langen Schlumber hatte, wusste ich, dass du irgendwann wundervollt werden. Wir wären wieder zusammen. Und wieder. Wundervollt, wie konnte ich mich schon so schmerzen? Du und ich werden nie wieder wieder sein. Ich fühle mich das gleiche. Seitdem wir uns treffen, habe ich nie wirklich alleine. Nicht wirklich. Du hast mir die Wärmste einer realen Verbindung, und das ist stärker als das. Du bist immer meine brillante, brillante Licht. Ich kann niemals vielen Dank dir genug für sein, meine Kindheit. Danke, Mutter. Getting zu sein, deine Kindheit ist meine größte Glückwunsch. Wenn wir wiedersehen, ich möchte mehr Zeit mit dir spenden. Pinkie, promise mich? Wir werden, Schauvild. Ich erinnere mich, diese Absicht, die wir gemacht haben. Und ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So beautiful above me, just like the one I saw the day you opened your eyes again. From now on, you must protect it all, everything, under this beautiful sky. I promise. Sister, I... I'm all right. Please don't be sad for me. Mother is... ...is where she belongs now. I know we'll meet again. It's time to go. We have to check the barrier. Queen Lumera. Okay. Yes. Yes. Ja, irgendwo ein Happy End. Das wird sie. Okay. Ich sammle jetzt hier irgendwie immer erstmal noch alles ab und dann sehen wir uns an der Karte wieder. Die Barriere ist vanishing. Wir destroyed it at last. But look what's happened to the sky. Sombron opened the portal. Papa. He's there. If this goes on, the power of other worlds will pour through, and this one will be destroyed. Elios will meet its end. No. I won't let that happen. My mother entrusted this world to me. I will protect everyone. Everyone who lives beneath this sky. Hm. I have no doubt that a world ruled by you would be a beautiful place. What brought that on? It needed saying. I'll need you to help build that world, Marth. Help me protect it. Forever. Hm. Forever. It's a promise, then. A world ruled by the Divine Dragon. Now that's an inspiring thought. Everyone. How did our forces fare? We are treating our wounded and should be able to leave soon. You stand before the final battle. Undaunted. Full of hope. I've much to learn from you. When this war's over and we've had time to rebuild, I'm gonna visit all your countries. Bring the emblems along. After so much time confined to the rings, I'm sure they'd like to see the world. Right. Now that the 12 rings power has been used, people won't try to steal them. The emblems will be safe. They can stay summoned and go wherever they want. We'll show them our countries. Introduce them to our citizens. They'll be seen as war heroes. I won't say no to a new camping buddy. Oh, make that too. Hope they like to sing. I imagine their experience will make them good advisors for restoring Elucia. It's nice, isn't it? Having something to look forward to? Something to fight for? For the first time in my life? I'm excited for the future. Before we reach that future, we'll have to face Sombra. Are you ready for that, Vale? I am. I'm not afraid to stand up to him. I was so lonely. I couldn't admit it, but... He stopped being my father long ago. There's no bond left to break. Vale. Divine One, our wounded soldiers have been treated, one and all. Thank you, Vander. Let's depart, everyone. The final battle is upon us at last. This journey has made you and your allies so much stronger. I wish I could stay here and help you all build a peaceful world. But we may soon have to part ways. Okay, ich muss das über das Somniel machen. Äh. Ich twigge jetzt nicht in Kampf, wenn ich da hinreise, ne? Ich weiss schon mal sicherheitshalber ab und reise einmal hin. Okay. Wahrscheinlich da oben, wo es leuchtet, da kann ich mich dann zum finalen Gegner teleportieren. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Der Part ist schon mehr als lang genug. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.